So, halli hallo und willkommen zu einem weiteren Spielchen aus der Kategorie Heroes of the Storm Challenge. Und ich denke wir gehen direkt rein, nachdem die Heldenliga diese Woche eher dürftig gelaufen ist. Geht's mal wieder mit dem Custom Game los. Ich hab überlegt, da das letztes Mal ein wenig, wie soll ich das sagen, ein wenig... Ähm, ich würde mir gerne wünschen, dass man das zufällig auswählen könnte, aber ich schließe jetzt einfach mal die Augen und wähle wild mit dem Cursor herum und dann schauen wir mal, auf welchen Schlachtpferd wir uns begeben. Ähm, erst einmal schauen wir mal, welche Seite, ähm, la 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 la, 1, 2, 3, 4, 5 und Seite 1, okay, dann nochmal bis 10, ach, oder wir machen bis 3. Also 1, 2, 3, ähm, okay, nochmal, 1, 2, 3, 4, 5, so, okay, das ist da eins, dann haben wir mal 10, 1, 2, 3, 4, 5, Schlachtpferd der Ewigkeit, okay. Ah, Schlachtpferd der Ewigkeit, ähm, ein Custom Game, so, wie hab ich das jetzt aber am letzten Mal gemacht? Standard, normal, glaub ich, weil das so ein Team war, haben wir nicht gemacht. Genau, äh, Standard, normal, genau, alles normal. So, und zwar ist das dieses Mal die Challenge 5 Tanks gegen 5 Heiler. Mal gucken, ob das funktioniert. Ähm, ich werde die Tankrolle mit meinem Team übernehmen, glaub ich. Und, ähm, erstmal füllen wir die KI hinzu. Ich werde den Spiel jetzt gerade auf Extrem lassen, mal gucken, ob das ein Unterschied ist. Äh, wenn das mir zu krass ist, dann werde ich das beim nächsten Mal wieder ändern. Oder wir schalten das erstmal auf Veteran an. Wir müssen uns hier erstmal vortasten. Schauen wir mal auf Veteran. Alles auf Veteran. Hier, tschüss. Weiß ja nicht, inwiefern es da Unterschiede gibt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob das, oder, kann ich, es wäre halt blöd, wenn ich das Team beeinflusse, das gegenseitige Team nur auf Normal spiele oder auf Extrem und meine Helden auf Kenner spiele. Hm, mal gucken. Ähm, so, äh, wählen wir die Helden. Auch hier werde ich kurz die Augen zu machen und ein bisschen Wildhummer hin und her fuchteln. Und, äh, der nächste Held, der in, äh, in der Liste erscheint, wo der Cursor ist, der wird gewählt. So, gucken wir mal. Hm, hm, hm. ATC ist der erste, okay. Gucken wir mal bei den Heilern, machen wir das genau so. Augen zu und 1, 2, 3, 4, 5. Der erste Halter ist Riga. Dann gucken wir mal bei den Tanks. 1, 2, 3, 4, 5. Türreihe, okay. Dann geht's, obwohl, wir sind zwei, äh, okay. 1, 2, 3, 4, 5. Malfurion. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ATC haben wir schon. Äh, Rexha. Äh, nee. Jetzt kommt ein Heiler. 1, 2, 3, 4, 5. Ein Zufallsheld. Nee, wollen wir nicht, sondern wir wollen einen Heiler. Lieutenant Morales. Dann der letzte im Bunde bei uns. 1, 2, 3, 4, 5. Unten angesetzt, das heißt, wir gehen nach oben. Und der nächste Held ist Arthas. So, ich darf mal wieder einen Helden aussuchen, der da hineinpasst. So, dann noch zwei Heiler. 1, 2, 3, 4, 5. Lilly. 1, 2, 3, 4, 5. Helden wählen. Ja. Okay. Ähm, Morales haben wir schon. Nova, Abatur. Uta. Okay. Das ist also der, der Heiler, äh, Trupp. Regal, mal Vogel, Morales, Lili und Uta. Und jetzt darf ich mir, ähm, noch einen Helden aussuchen. Einen Tank. So, erst einmal gucken, welche Tank ist da vergeben. Arthas, Tyrael, ATC und Rexa sind vergeben. Das heißt, ich glaube, ich werde die Chance mal nutzen und Moradin ausprobieren. Was heißt ausprobieren? Immer wieder spielen. Schauen wir mal kurz die Skins an. Ja, komm hier. Zack. Und dann spielen wir eine Runde. 5 Tanks gegen 5 Heiler. Ähm. In der Form, sei auch nochmal gesagt, ihr könnt gerne nach wie vor in den Kommentaren runterschreiben, falls ihr Interesse daran habt, mal sowas zu machen. So ein... Ich muss ja mal den Spielstart machen. So eine Art Challenge, ähm, mit jeweils unterschiedlichen Kategorien. Da gibt's ja massige Möglichkeiten. So, 5 Heiler gegen 5 Tanks. Mal gucken, ob das möglich ist. Ob man 5 Heiler bezwingen kann oder wer hier die Oberhand behält. Ich glaube, es wird extrem schwierig gegen 5 Heiler mit 5 Tanks. Äh, genau so finde ich es auch extrem schwierig, 5 Assassinen gegen 5 Heiler. Äh. Mal gucken, ich bin gespannt, ähm, die anderen sind natürlich schon ready. Bei mir lädt das Spiel noch ein wenig. Wir haben Rexha, also mit Misha zusammen, haben Beatas, ATC, Turei. Ist natürlich ein bisschen schade, dass ich das hier nicht alles auf Zufall in der Kategorie Aussuche Tanks und eine Kategorie dann auf Zufall setze, dass die Helden zufällig zusammen gemischt werden. Da muss ich mir also so ein bisschen selbst was überlegen. Ähm, vielleicht schmeiß ich demnächst auch mal eine Webcam an, damit ihr seht, dass ich nicht schmuggel. Wenn ich muggel, ich hab tatsächlich die Augen zugehabt und hat dann die Cursor nach oben und unten gezuckert. Und da, wo er dann als erstes drauf war, von da aus, hab ich dann angefangen zu gucken. Ähm, ja, wie gesagt, schreibt Kommentare, äh, unter diesem Video. Lasst eine Nachricht da, wenn ihr auch mal Bock habt, da mitzuspielen. Sobald wir neun Leute zusammen haben, würde ich dann halt auch mal schauen, dass ihr da irgendwie was, äh, gebacken bekommen. So, ATC mit dem Country-Look. Ah, das wieder mit dem neuen Skin. Da müsst ihr demnächst dann natürlich noch mit zukommen. Und der, äh, Demonic Tyrael, so worauf werde ich denn spielen? Gegen das Team mit dem Heiler. Hm, perfekter Sturm werde ich mal spielen. Hm. Guck mal, Rexa und, und ATC oben. Gucken, was meine KI-Mates so hinbekommen, wenn ich abgemondet soll. Gegen fünf Heiler. Kann mir vorstellen, dass es extremst bitter wird. Ah, da stehen nur so bluf rum. Die gucken, wo sind die denn alle? Sind die alle in der Mitte? Da kommen sie. Die Frage ist, ist das halt überhaupt möglich? Wie verhält sich die KI überhaupt? Das ist ja auch da noch so ne Frage. Mal Fugeln und Co haben wir schon mal oben im Blick. Wie sieht's oben aus? Morales, Rega. Okay, die haben ganz schön was einstecken müssen. Die haben halt auch genug, äh... Okay, jetzt muss ich weg. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Gleich mal weg hier. Ah, ein bisschen sehr gut mit dir gewesen. Dabei ist ja nur Spaß hier. Wie sieht's denn oben aus? Die beiden... ...geht eigentlich. Und spannend wird's halt erst... Wie können wir denn in die Mitte gehen? So wie jetzt? So, der portet sich zurück. Wollen wir mal angreifen. Oben ist Morales und Co. Das ist schon extrem bitter. Das Spiel. Oh, Mann, was schneller ist. Ich glaub, da haben die einen Vorteil. Die Heiler machen halt wirklich extrem aufvoll. Die sind gar nicht so schlecht dabei. Ja, es... ...es geht schon einigermaßen. So, jetzt sind wir hier. Ja, reinjumpen! Aber ich glaub, der erste ist ihm schon mal sicher. Das war extrem schwierig, glaub ich, mit den Heilern. Wollen wir gleich gucken, wie die sich denn am Ende bestätigt haben. Ja, da sind wir natürlich ein bisschen schnell... Ah, so schlecht sind die gegangen. Die machen schon auch nicht Damage. Oh, ist euch ein bisschen Fade. Das ist natürlich auch schwierig, wen wir hier als erstes angreifen sollen. Ah, jetzt ziehen sie sich alle schon zurück. Uta hat unten gefarmt. Der war gar nicht dabei. Schau einer an. Deswegen haben sie auch ein bisschen mehr EP. Oh! Da ist er so draufgegangen. Ah, Morales. Kinder nicht mehr. Schade. Leider auch kein Manna mehr. Der nächste Tank draufgegangen. Ah! Alter! Okay, der hört nicht. Okay. Äh. Okay. Da haben die Haller uns ganz schön eins auf die Omme gegeben gerade. Na, der kommt noch weg. Ich muss jetzt immer schon dann wegporten. Wir haben auch viel, viel, viel mehr EP gefarmt. Dann sind wir alle oben und kloppen uns da. Komm mal. Okay, hat auch nix tot. Da, jetzt, jetzt, jetzt. Jawoll! Ah, hatte ich mal was getötet hier. Wenn ihr schon mal da oben seid, dann könnt ihr das gleich mal machen, ja? Alle zusammen. Mal fuhren das unten. Gucken, ob die auch ein Camp. Ja, die haben das Hard Camp gemacht. Okay. Interesting. Da ist Malle. Oh, oh. Weg hier. Rega. Kill Rega. 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 Jawoll. Schnell weg. Uff. Die halten aber echt gut durch. Die halten aber echt gut durch. Ich habe immer noch ein bisschen EP-Vorsprung, die Heiler. jetzt geht die Heiler. Ja. Ne, doch nicht. Leute. Da ist ein einziges Gemetzel da oben ist. Scheiße, was hab ich denn jetzt genommen? Ah! Oh, ich kann nicht weit eigentlich wegjumpen. Shit. Okay, die haben schon angefangen, die Schweine. Oh! 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 Fickst weg hier. Leute, vielleicht mal verteidigen? Ja, hier weißt du halt nicht, wen du zuerst angreifen sollst. Jetzt! Jetzt! Kill ihm! Jawoll! Oh oh. Nein, 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 nein! Okay. Ja! Wer macht denn bis jetzt den meisten Schaden? Lilly mit 22k! Ach du Schande! Aber interessant wird's erstmal, wenn wir die Ultis haben. Ja, ich glaube, die Runde geht an die Heiler. Und, äh, verteidigen. Was machen die denn da, die blind KI-Leute? Macht, bevor die da irgendwie... das ist ja auch nicht einfach. Jesus fucking Lilly! Ich bin jetzt! Ich bin jetzt! Ich bin jetzt! Ich bin jetzt! Doch, die sind schon wieder da. Die Titten-Deffen. Schnell, 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 schnell. Nein! Nein! Fuck! Scheiße! Okay. Lauf, Rexa! Nein! Ja gut, es ist auch schwierig, hier extrem schwierig, gegen die Heiler irgendwie das richtige Ziel zu füllen. Ja, 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 komm, jetzt tut den Sack. Das sind endlose Matches. Endlose Teamfights. Oh, oh, ATC ist gleich erledigt gegen Uta. Ja, okay, jetzt haben sie es geschafft. Fuck the shit ey, wir sind fast ein Level hinter. Jetzt sind die Level 10. Okay. Okay. Ich hatte das fucking Tote. Alter! Alter! Wie lange lebt denn der Rexa? Äh, der Rega. Jetzt haben wir mal alle. Jawoll. Ligi. Yes, man. Double Kill. So, wir haben auch den Ulti. Ich werde natürlich mit Avatar spielen. Yes, Kitty, Schreine! Fuckin' Uti. Okay, ich muss weg. Ja, meine KI-Match ist natürlich so, dass da nie wirklich ein großer, großer Vorteil auf einer Seite entsteht. Es ist immer alles sehr, sehr ausgeglichen. Oh, der will das Camp machen. Da bin ich dabei, lieber Rexa. ATC kommt da noch weg. Sehr schön. Wie sieht es denn Damage-mäßig aus? 38k Rexa. Alter Falter, ey. Was haben die Alice-Dwo eigentlich geskillt? Den Wasserdrachen hat Lily geskillt. Die Stim-Drohne. Eine Teilung der Ahnen hat er gespielt. Äh, geskillt. Der gute Rigger. Und der hat den... Was? Der hat... Stage-Diving geskillt? Okay, Misha ist tot. Okay, Misha ist tot. Shit, verfehlt. Ja, komm! Rega tüten! Fuck! Fuck, ich treff wieder nix! Fucking Uzi von Rega! Alter! Ah, wie die uns halt einfach wegsnacken, die Heiler. Und wir kriegen halt nix tot. So übel. Herr Gotteschild, Wasserdrache, Wildiges geht's, Demdrohne, Gelassenheit, Heiler und Ahnen, Zorn des Wildtiers, Heidi sprechen hat er. Stage-Steifer und ich hab den Avatar. Äh, Leute. Doof ihr seid. Los, 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 los! Guter Tod, sehr schön. Nein, jetzt kann man auch angreifen. Komm schon. Däffen. 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 Däffen! Fuck! Ja, sehr schön! Los, tötet die Sau! Nicht mich, nicht mich, nicht mich! Ja, ja, sauber! Sehr schön gemacht! Kommt, Leute! KI, Leute! Los, los, los! Runter da! Angreifen! Aha! Dann würde sich natürlich kein normaler Spieler verhalten, ist klar. Hat den Wassertrafe. Los, komm schon, wir schaffen mal! Yes, man! So schaut's aus! Alle beide gleichzeitig, äh, Rang 14 geworden. Das wirst du, glaub ich, nie erleben. Äh, in einem normalen Match mit menschlichen Spielern. Wäre halt wirklich viel besser, wenn man wirklich mit, mit, äh... ... ...nicht mit KI... ...Leuten spielen würde. Hätte da richtig Bock mehr drauf. Einfach mal so fun-mäßig ausprobieren. Äh, hau ab, Junge! Äh... Alter, der ist aber hartnäckig. Der ist aber echt hartnäckig! Oh, was hat der jetzt gefehlt? Oh, nein! Hm. Ah, die verteidigen aber nicht. Lillito! Zauber, Leute! Uta alleine! Was moral ist? Bleib mal schön hier, du Sack! Haha! Oh, du zu spät! Oh, du zu spät! Jetzt haben wir sie aber! Oh, schöner Stage-Styping! Uiuiuiuiuiuiuiuiuiui! Ja, verschwind jetzt auch mal! Seid so kündig lieber doppelt wachsam! Okay! Jetzt sind sie unten, ich geh mal hin zu denen. Jetzt haben wir zwei Level Vorsprung! Man merkt dann doch jetzt schon den Unterschied, den krassen Unterschied, dass die Heiler nicht mal so viel Damage auspacken können, wie noch im Early-Game. Ich hab leider keinen Mana mehr, Leute! Ich hab leider keinen Mana mehr, Leute! Schnell weg hier! Schnell weg hier! Alter, wie die sich gegenseitig behaken und Jagd aufeinander machen! Okay, jetzt sind sie alle unverwundbar! Das ist so übel! Und Uta! Uta hat schon aufgegeben! Uta hat schon GG geschrieben! Der spielt nicht mehr mit dem Team zusammen! Oh! Komm, jumpen! Oh, auf jeden hat er denn jetzt den Wasser drauf gemacht! Stage-Styping! Woow! Hello! Laufen! So Leute, jetzt geht da mal hin da! Wer greift denn da schon an? Ach, ach! Das ist schon hier und adoptiert! Ja, da sieht man schon, wir haben deutlich mehr Damage! Das ist schon ziemlich krass! Wollen wir mal reingucken, wie sieht's denn da inzwischen aus? Arthas mit 56k ganz weit oben! Au! Rega! 81k! Falter Falter! Okay, man kann nicht sagen, dass sie keinen Schaden haben! Oh, das war gut! Äh, Leute! Okay! Okay! Also die KE ist schon manchmal ein bisschen bedeppert! Stehen da und gucken alle zusammen zu! Thürer ist irgendwie da hinten und was macht der hier? Thürer hier verteidigt? Okay! Ich glaube, jetzt können wir das Spiel noch beenden! Du kommst hier jetzt nicht mehr weg! Du fucking Ulti! Schön! Schön! Uta ist hier so das dritte Rad am Wagen! Hat man so das Gefühl! Sauber! So, jetzt beenden das Spiel hier! Thanks for the win! Wir haben auch irgendwie nie die Ultis eingesetzt, oder? Morales und 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 Co. So schaut's aus! Jetzt überrennen wir die! Bam! Jetzt ist auch schon fast egal! Ja! Alle getötet! Ich glaube, dieses Spiel haben wir gewonnen! Uta wird's noch mal wissen! Uta hat nochmal... Hat Glück gehabt, dass er nicht draufgegangen ist! Ich danke euch, Sterblicher! Ja! War ein lustiges Casting-Game! Mal wieder eine kleine Challenge! Wir haben deutlich mehr Team-Fights gewonnen! Gucken wir mal rein! Drei Mal! Ich bin zwei Mal tatsächlich draufgegangen! Riga sechs Mal! 93.000 hat er gemacht! Der hat mit Abstand den meisten Damage auf dem Feld gemacht! Alter Falter! Da kann man auch ganz gut sehen, wie so Riga gerade ganz oben bei den Picks immer ist! Und der Helden-Nega! Auch wenn die KI natürlich vielleicht sogar noch unter dem Minimum der eigentlichen Spieler, was so die Skill-Sache angeht, spielt! 93.000 war schon richtig stark! 67.000 hat... Morales hat 67.000 Schaden gemacht! Krass! Und die haben natürlich alle... Also der meiste, der gehielt hat, ist Morales! Lilly hat ja eher so eine andere Skillung gewählt! Uta war jetzt auch nicht der absolute Praller! Praller, was der da gespielt hat! Ja, also... Könnt ihr mal schreiben, welche Heiler würdet ihr reinnehmen in ein Team, in ein Fünfer-Team? Wenn ihr wirklich fünf Heiler bilden würdet, welches Team, welche Heiler würdet ihr mit reinnehmen? Ich glaube, Riga würde auf jeden Fall dabei sein! Ähm, Morales mit dem Ulti könnte interessant werden! Lilly kann auch extrem viel Schaden machen! Aber Uta wahrscheinlich nicht! Uta eher so am Ende der Nahrungskette! Und bei uns hat den meisten Schaden Arthas gemacht! Wir waren ein bisschen sehr ausgeglichen, obwohl... Die Heiler haben mehr Damage gemacht! Haben aber die Teamfalls nicht gewonnen! Weil halt nicht alle exakt den gleichen Heal-Wert hatten! Schauen wir uns mal die Talente an! Was haben die denn genommen, die Heiler? Elektrische Ladung! Blut und Donner! Heilung der Adeln hat er genommen! Erdschild und Gewitter von als kompletter Schild ausgespielt! Mal vorhin hat er auf Mondbrand gespielt! Unbezügeltes Wachstum! Aha! Ausdauerndes Wachstum! Gelassenheit! Saat des Lebens! Und Zier... Zier Wurzeln! Moralis hat nie einmal die Stimm-Runde genommen! Das ist natürlich auch ein bisschen bitter war! Paar-Therapie! Und Lee hat halt auch komplett auf Damage gespielt! Drachenblitz! Wasserdrache! Uta auf Schutzschild! Auf Leutern! Gottesschild! Gottesschild hat er auch irgendwie nie genutzt! Schrumpfstrahl auch nicht! Ja, das ist natürlich... Das kann man natürlich nie vergleichen! Wie wäre es dann gewesen, wenn man 5 Spieler gegen 5 Spieler gehabt hätte! Mit eben diesem Vergleich! Aber es bleibt mir anders um! Ich wollte es trotzdem gerne mal machen! Und... Ja, mal schauen! Nächste Woche könnte ich eventuell... 5 Heiler gegen 5 Heiler geht leider noch nicht! Weil es keine 10 Heiler im Spiel gibt! Mal gucken! 5 Specialist gegen 5 Specialist werden! Vielleicht... Noch extrem cool! Lasst ihn mal uns überraschen! Ich bedanke mich fürs Zusehen für dieses kleine Experiment! Schreibt in die Kommentare, wenn ihr das mal machen wollt! Dieses Custom-Game-Gedöse! Oder schreibt in die Kommentare, welche Heiler ihr nehmen würdet für so ein... Für so ein Line-Up! 5 Tanks gegen 5 Heiler! Oder welche Tanks ihr nehmen würdet für den meisten Schaden! Ähm... Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen und dann... Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder! Ciao! Ciao! Ciao!